Ja, stimmt schon. Consulting ist ein hartes Business. Das erleben wir jeden Tag. Der Reisestress macht uns fertig. Schon morgens werden hier die Ellenbogen ausgefahren. Entscheidungen gehen sehr weite Wege. Menschen werden von oben herab betrachtet. Und die ersten drei Jahre machst du Folien für andere. Aber hey, Qualität kommt nun mal von Qual. Deshalb geht's hier selbst beim Lunch nur um Zahlen. Und eine Vision? Was soll das sein? Das ist doch alles abstraktes Gelaber ohne echten Impact. Und wenn mal was läuft, ernten andere die Lorbeeren. Da kann man noch so viele Überstunden machen. Stimmt schon. Consulting ist ein hartes Business. Deshalb haben wir es neu gedacht. Consultancy. Redesigned bei Färchau Inhouse Consulting.